Hallo Leute, willkommen zurück bei Prop Hunt. Heute mit Dalu, Early, Dardosh, äh, Craps, Good Gaming und Tapuze. Yes. Und Shigo noch immer in der Warteschleife. Hallo. Das ist Dardosh Team auswählen in eins, zwei, drei. Also ich würd sagen, für die Einladung gibt's nur drei plus. Ja. Toll muss ich Props nehmen. Richtig gut. Hast du dich da ausgewählt, Props? Werden Props? Wollte ich nicht, aber ich hab Hunter gedrückt, aber... Oh, die, die Map, geil. Boah, das wird interessant. Oh, es zählt halt nicht. Die kenn ich noch. Oh, keine Fehler machen hier. Puh, die Startphase ist das Wichtigste. Fokus, Fokus. Echt? Die Map kenn ich nicht, ey. Hast du ohne mich gespielt? Nee. Hast du wieder geübt, ey. Hast du wieder geübt, ey. Hab die daheimlich die beste... Doch gut. ...heimliches Training. Doch, ich kenn die. Oh, die ist echt krass eigentlich. Die haben wir in unserer anderen TTT, ähm, in unserer Prop Hunt Runde gespielt. Ne, die ist fast übertrieben. Ich hab nicht gedacht, dass die das ist. Let's get slow. Ach doch, die hatten wir schon mal. Boah, was ist das für eine Map? Oh, das ist nicht. Ja, hier ist einer runtergesprungen von mir. Scheiße. Oh Gott. Herr Word spawnt Killed Gravity, lol. Ich bin vom Dach gefallen. Ich seh deine Leiche, aber warum Killed Gravity? Weil ich runtergefallen bin. Weil er runtergeflogen bin. Aber warum Killed Gravity, nicht Killed Biker? Killed Biker. Weißt du, woher ich das wusste, dass du hier bist? Warum? Als ich gespawnt bin, hab ich das Ding hier noch fliegen gesehen. Hier am Fenster. Jump! Das hattest du in der Hand. Oh, der Klassiker. Die Map ist groß. Die Map ist groß für einen. Das muss eigentlich direkt auffallen. Ich würde sagen, alle 30 Sekunden. Ja, alle 30 Sekunden. Ja, das muss auffallen. Ja, ja. Was war es? Ich hab gar nicht erst... Ich hab gar nicht erst... Was war es, Krebs? Es war ein Stuhl. Es war Dalu. Es war Dalu. Ah, dann hätt ich's doch gewusst. Ach, den hatte ich auch schon gesehen. Den hab ich doch auch schon gehabt. Er hat sie alle gehabt. You cannot hide, coward. Nein. Aha. Boah, das war aber... Das gleichende gerechtliche Ärzte. Jetzt ist es immerhin 3-3. Jetzt ist es wieder fair. Ja, ja, ja. Okay. Keiner dran, Karl. Wieso fliegt das Auto hier? Ein Flugauto. Boah, jetzt krieg ich Schaden, wenn ich die Scheibe durchschlage. Krebs find ich schon mal gut. Kapuze find ich auch ganz gut. Äh, early... Boah, ja, okay. Early up. Okay. Na ja. Warte, warte, warte. Ja. Nein. An's andere Ende. Zurück nochmal. Ja, okay. Für early Verhältnisse, ja. Ja, kann man sein. Ja, kann man sein. Scheiße! Habt ihr in den Versuch? Ach, shit. Are you kidding me? Oh, da der Krebs. Riese gut zu schauen. Riese gut zu schauen. Revenge. Revenge. Wir haben es geändert worden. Hier fehlt ein Gang. Ja. Ah, nee. Sind alle tot? Das ist Tor. Die early lebt doch. Alle. Early. Na 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 na. Na 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 na. Er muss jetzt drücken. Na 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 na. Na 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 na. Habt doch schon. Na 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 na. Ich hör das gar nicht. Ich bin voll weg. Auch nicht. Der ist mega weit weg bei mir dann. Und noch einen Moment. Ich hör den. Nee. Draußen im Garten, Leute. Im Yard. Okay. Nein, geht weg. Im Yard. Im Yard. Geht die Party. Im Yard. Die müssen ja schon wieder drücken. In 3 Sekunden geht es schneller. Das ist wirklich gut. Jetzt hast du schon gedrückt. Schiehst du meins? Ja. Charlie. Ich finde dich Charlie. Oh shit. Charlie. 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 Charlie ist gar nicht mal so schlecht. Grüße, Charlie. Charlie ist das gut. Wo ist Charlie? Gib mir einen Tipp. Du musst ja nur bleiben. So wie du jetzt bist. Einfach bleiben. Du musst ja gleich nochmal drücken. Jetzt. Nein, muss ich nicht. Doch jetzt. Jetzt. Nein, muss ich nicht. Doch musst du. Alle halbe. Die Web ist zu groß. Nein, muss ich nicht. Ich mach die Ferse wieder aus. Entschuldige. Ich hab die Ferse ein bisschen zu laut an. Charlie hat das nicht gedrückt, oder? Boah, auf den Film hab ich mich schon voll lang gefreut. Ja, Mann. Endlich wieder. Nein, ohne Witz. Endlich doch der Haus. Endlich doch der Haus. Ich setze dich hier so ein bisschen bilden. Jetzt geh aus, Mann. Muss bei dir sein. Geht. Entschuldigung. Der war hier, oder? Das ist unfair. Der Kram ist gerade erst zu Ende und ich muss schon wieder drücken. Das geht nicht. Doch. So ist es. Drück. 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 Oh mein Gott, Justin. We've got chicken. At least I've got chicken. Nein! Oh! Wo war er? Wenn das nicht Leroy gewesen wäre, dann hätten wir es wieder. Er hat sich halt selbst verkleidet. War so ne Flotte. Die Schnauze! Er war so ne Flotte. Ich hab mich unter nem Blumentopf versteckt. Auch noch Line of Side, aber das ist so klassisch early. Aber noch gegen die Spielregeln. Mach sie gleich. Wärst du dich auf die andere Seite gegangen, hättest du mich gesehen. Hab ich aber, Junge. Hab ich. Wer ist das da? Ey, das ist mein Move. Ne, geht nicht. Das hier? Scheiße. Hab ich auch vor. Ey, ich brauch irgendwas. Laufen die schon los? Oh shit, da ist noch einer. Geht los, geht los Boys. Oh Gott, ich werde sterben. Hallo? Ich glaube, es sind da noch nie. Was haben wir? Wer ist das da oben? Was machst du da? Hör auf damit. Oh Gott, was macht ihr da für Cockblock? Hallo, geh weg. Was willst du denn? Oh Gott, da hab ich nicht gesehen. Au! Sie sind ganz heiß. Warte, aber sie müssen nicht rücken. Sie sind ganz heiß. Ich bin ein ganz heißer. Du siehst. Hä? Was machst du denn mehr? Oh Gott, ja, ich bin am Arsch. Wer macht'n da so'n langes Verzieh nicht hier? Hey Leute, sind wir alle auf einem Haufen? Nee, oder? Oh nein, mich haben sie. Da wollte ich auch hin, gerade. Stunden. 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 Ich hab ihn da reingeschubst, das war so richtig. Ich hab ihn da reingeschubst einfach. Kann ich die verzeiderten Leute auch schubsen? Nein. Das heißt, wenn ich einen Blumenpot hab, den ich nicht aufheben kann, aber schubsen kann. Ja, aber es gibt manche, die müssen wirklich drücken. Gleich drücken, gleich drücken. Der kommt abend noch angegeiert. Der TS war bei mir wieder kurzzeitig weg. Ne, bei mir nicht. Ja, doch schon sein 56k Netz. Auf niedrigeren Rängen ist das ja auch noch wichtig, damit der einen Zoom kommt. So. Nein! Faloukata, hör mir bitte auf, hinterherzulaufen. Das ist voll anstrengend, ey. Du hast uns verraten mit deinem Spongebob-Move. Was? Du hast mitgesungen. Ja, muss ich ja. Oh shit. Los geht's. Man! Frei zum Abschluss, alle Props. Oh damn, war das schlecht von mir. Damn, son. Bang. Romano, das ist nicht mehr. Ein, zwei und? Gifft. Jetzt schon? Ja, hatten wir auch. Oh Gott, interessant. Nein, jetzt kann ich... Nein, 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 verpiss dich! Mann, ich kann mich nicht bewegen! Ja, Krass, das blöde war, in der Runde war einer da. Ja, ich weiß, aber wenn du auf der Außen spawnst, ich hab alles ausprobiert. Es gibt nichts zum verwandeln da. Leute, ich hab Early in Gewahrsam hier. Wo ist er? Äh, in der Nähe der Küche. Ach dann, klar, kenn ich doch. Warum killst du nicht? Was zackt er denn? Ich glaub, das ärgert ihn. Warum tötest du ihn denn nicht? Ich weiß nicht. Wolltest du die Runde rauszögern oder was? Wieso, jetzt lässt er ja nicht nur Erde noch lebt. Crabbs, guck dir mal meine Taktik an. Hab ich schon gesehen. Alter, wie viel Leben hast du denn? Ach so, ich hab vergessen. Geht doch. Oh, Early, Boy ist tot. Good gaming, du Lebenser. Haha, good gaming! Ja, pass mal auf. Kapuze, du musst drücken. Ja, das hab ich. Ne, hast du nicht. Doch. Hä? Ne. Doch, ich hab den Glück. Hä, was? Die Musik kommt von Good gaming. Ja, ich hab mal aufhört. Ich hab meine Musik gehört, das war so ein Techno-Rimix. Ich hab übrigens die, die Cam gerade, das nervt. Die ganze Runde. Boah. Und. Der ist schon wieder. Hä? Der ist über uns. Ey, ich war der GameCube Sound. Ey, er muss über uns sein. Unter uns geht's dann. Ich bin immer über euch in jeder Beziehung. Ah, er ist weg! Ne, ach, das war die Tür hier, Thanos. Ja, ja. Achso. Die Tür ist da durch die Wand. Ich dachte auch, er wird. Aber ich kann die Sachen nicht hören von dir. Aber ich mach sie nur. Er ist hier oben irgendwo. Ich hab grad den GameCube Sound. Ah, Lee. Warte mal. Good gaming lebst noch. Ja, natürlich. Und Sound. Er ist ne Flasche. Einfach ohne Verkleidung gespielt. 5 Minuten, Good gaming. We can do it. Er war hier dadurch. Da ist er wieder. Nein. Da ist er, ja. Good gaming, wir sterben! Good gaming. Der muss nicht, sagt nur das. Wer fehlt noch? Der macht immer im Kreis. Der Kapuze lebt immer noch. Wie im Karusse. Wo ist Kapuze? Wo ist aber jetzt? Du musst drücken? Hab ich. Der drückt einfach nie. Und? Ich hör dir die Sachen auf Kapuze. Ja, er drückt ja auch nie. Mach damit ab, weil er nicht aufnimmt. Hab gedrückt. Danke, ich hab echt. Aber ich glaub, die Zeit ist ein bisschen unterschiedlich. Ein paar Sekunden seit ihr oder früher oder später. Ja, die ist aber so groß über die Berge. 1,9. 1,8. Ja, ja. Okay, das ist eh okay. Okay, Leute, teilt euch auf. Nein, ich laff dann. Pass auf, jetzt. Ich muss hier drücken, ich muss hier drücken. Bei mir. Leute, kommt zu mir. Wo bist du? Wo bist du? Mit dem Wasser im Pool vor der Tür. Nein. Krass. Jetzt raten meine Granaten einfach will. Ich hab die nicht gehört, Kapuze. Ich hab die ganze Zeit gemacht. Ich weiß. Der Telekom-Sound war super. Und danach, das ist Dope. Ah, shit, 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 shit. Ich mag sogar. Ey. Boom. Wenn du draußen spawnst, hast du keine Chance. Ja. Das ist wirklich scheiße, wenn du draußen spawnst. Oh. 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 Maler, maler, aqua, maler. Spiel gut. Werbung nicht. Werbung nicht. Oh, es geht los. Oh, es geht los. Oh, es geht los. Oh, es geht los. Wenn man endlich mal ein Objekt an der Wand nehmen kann. Das Bild ist echt cool. Da wird schon was geschlagen. Ja, ich hab hier, das höre ich. Ah, wo ist hinsicht? Ich find das geil, dass man durchs Fenster direkt wen sehen kann. Ja, ich seh auch zwei. Einer ist jetzt weg, einer ist nach oben. Ah, das hat... Was, nach oben? Okay, am Auto 4. Jetzt geht er wieder runter. Jetzt am Pool. Damn, okay. Oh, Alter. Ey, was fühlst du? Ich fühl... I'm really feeling it. Alter, jetzt macht erstmal Randale da, ey. Who listening? I don't... Yeah, I'm... 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 Oben. 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 Ah, ich hab ne Banane gefunden hier. Aber da komm ich nicht dran. Komm raus da. Boy. Oh, hier, ich hab ihn. Er ist eine Flasche hier am Schornstein oben. Dadurch warst du die Banane, oder? Nee, ich nicht. Kade. War irgendeiner die Banane? Ich sag gar nicht, wo sie war. Ja, da... Ey, die hat mich einfach geschubst. Hihihihihi. Hihihihi. Frei zum Abschluss. Warum steht er eine Platte? Ist auch wieder ein Klassiker von dem einen hier, ey. Oh, nein. Wer ist das? Wie meinst du mich? Der, der drinnen ist. Hopp! Dalu, bist du die Banane? Also... Keine Ahnung. An der ich gerade gestorben bin. Oh, Gott. Oh, lol, ey. Oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott. Komm mal in die Küche, wisst ihr, wo die ist? Höre ich gar nicht. Hm, 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 hm. Granz, guck mal bitte. Kann ich grad ein bisschen aufräumen, ohne dass das wer mitbekommt? Ich weiß ja nicht, wer du bist. Der drinnen? Ja, ja. Nein, ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist, Leute. Dann nicht. Da kommt nämlich gerade einer. Er ist draußen in der Ecke unter dem Truck. Also, es gibt draußen eine... Ja, jetzt rennt er weg. Jetzt geht er gleich zur... Wo hast du auch was so gesehen? Er geht jetzt durch den Tunnel. Er sagt es ja auch an, obwohl er tot ist. Darf ich doch. Darf ich doch. Darf ich. Ich sag's ja gar nicht. Ich hab ihn verloren. Doch, da war ich. Da oben, er ist da oben, glaub ich. Darf ich? Ja, Craps, du bist da in der richtigen Ecke. Da hatten wir gerade auf der Wassermelaufschule... Er war hier. Ein bisschen weiter über den... Ich dachte, er ist am Ende. Ja, geh weiter geradeaus. Geh weiter geradeaus. Bleib da, Dardosch. Und jetzt rechts. In dem Busch. Richtiger Pro. Nein, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Und jetzt links in dem Busch. In dem Rosenbusch. Der mit dem... Genau. Man hat den nicht gesehen. Was war der denn? Aber ich hab den Boden. Der war in Hütchen. Ich hab den Boden gesehen da vorne. Was war er? Ja. Das ist der Scheiß. Wenn du gleich von der Abfahrt ansuchen darfst. Oh, der Sound. Oh shit, Dalu. Ich hab glaub ich im Gebäude, glaub ich. Ja, dann bin ich jetzt. Ruhig ein... Wir haben ja gesagt, das darf man. Jetzt nicht mehr. Ja, wir haben... Warte, ist grad im Gebäude, kann das sein? Nein, schnell, Freundchen! Oh, eskalierter. Hab ich gemacht, Alter. Mach da jenes. Gut, 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 eskalierter. Das Problem ist aber, wenn der Spektäter sucht, die siehst du nicht. Das heißt, wenn du dich bewegst, dann weißt du nicht, ob jemand dich beobachtet. Ja, dann beweg dich nicht. Das ist halt blöd. Ja, aber das ist doch dumm. Ach, wir machen das so. Der Spektäter muss sich auch erst mal finden. Scheiße. Wir sind so einfach. So viel Therapie gemacht. Kapuze hier nicht rum, ey. Ha? Der Jones. Dos. Such mal die Boys noch mal hier. Sind ja eh nicht weit. Zeig mal die einen ab hier. Ja, ja. Ja, ja. Dich mach ich. Ah, ich krieg hier kein gutes Versteck. Einer ist als Flasche unterwegs. Ich krieg kein gutes Versteck hier. Wo hast du eigentlich das Fass versteckt kapuze, in das du dich verwandelt hast? Weil eigentlich stehen da ja wirklich zwei. Äh, ne, das war eh noch da. Das rollte nur weg. Das war der Fehler. Durch die Glacke, ja. Aber es ist einfach nur weggerollt. Nein. Das ist einfach nur weggerollt. Das ist einfach nur weggerollt. Und jetzt ist das so weggerollt. das wollte ich gar nicht da ist hier bei mir ist gar nichts los ich höre nix einer ist ein hütchen glaube ich das ist total unfair das ding in 30 sekunden mach mal einen lärm, komm, grab's gepflanzt ist er nicht wir müssen jetzt rechte wirken kapuze jetzt müsste ich eigentlich irgendwo schnell hoch aufs dach ich bin ich war neben die neben dir das ist crazy i have to shoot you was ist denn hier irgendwo welche kiste ist denn so schwer dass man sie nicht hebt das ist noch fair man kann dich sehen ok gut was sagst du bei mir man muss ja nochmal drücken jetzt ja 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 ich weiß nicht ob du das wirklich bist was ich denke ich hab diesmal nichts gehört nein das war beides mal tjax oh jetzt geht's oh ich hab schon wieder mit dem fernseher an entschuldigung einer ist noch in der küche glaube ich den fernseher hab ich erstmal schrug gestalten ich spange mich jetzt in die luft ach du er muss drücken jetzt gleich ok warte ich warte nochmal drück hast du also bei mir ist er dann nicht nils hast du bei mir ist er dann eigentlich ach so warte sorry doch was zur helle war das ok ich bin tot in der küche ist er glaube ich nicht was ist er aber nicht da müsse eigentlich mal das nochmal nils wie immer ja meinste das ist ein schmutziger trick oder also mach ich ja komm wir lassen wir lassen das einfach mal dem dem fuck in dem felsen drin er ist ne flasche genau Ich hab ihn eh schon, hab ich mir gedacht. Was hat er sich verkleidet dadurch? Er ist in der Küche, Küche, Küche. Er ist in der Flasche. Immer noch? Seh ich jetzt nicht mehr. Er ist weg. Alter Schwede, voll zwischen den Beinen durch. Du musst ja ihn noch einmal drücken. Jetzt. Ruck. Habe. Ich hör über dich. Nein, schade. Aber nur weil ich meine, egal. Easy. Ja, aber du warst ja nicht zu sehen. Tschüss.